hallo zusammen ich habe ein video gebracht über die arctic batterien von liontron und jetzt kommt das zweite das alte findet ihr hier oben verlinke ich euch in der endcard ich habe hier eine tiefkühlbox eine wemo 81 gt die geht also bei 50 grad außen immer noch unter minus 20 und sonst bis minus 35 ich habe hier die batterien eingeladen ich habe hier minus 19 grad hier minus 20 grad und hier unten auch minus 20 grad das ist die gleiche batterie vom letzten test wir sehen hier noch das klebeband und was machen wir jetzt ich habe hier ein voltmeter das teil einschalten und ich messe hier mal die spannung wir haben also eine spannung von 13 volt aber das ist ja nicht so das thema ich habe auch hier ein handy wenn es mal läuft ist das ok da bin ich drauf gesessen und jetzt rege ich mich auf weil es nicht mehr geht das ist falsche tab jetzt welche batterie haben wir 81 jetzt checken wir mal was da drauf steht wir haben also 15 prozent kapazität 1 ampere 0 grad das kann nicht sein dass diese batterie 0 grad hat bms aktiv also die batterie ist aktiv ich habe hier mein simulierter kühlschrank ich hänge den hier an auf 12 volt hier hänge ich auch auf minus also das ist wie wenn ich jetzt sage ich habe hier ein wohnmobil eine standheizung will ich anschließen die braucht vielleicht auch 6 ampere und hier habe ich entladung unter temperatur ich habe kein stromausgang und die spannung hier auf der batterie ist 0 volt leintron sagt ich kann die batterie bis minus 30 grad brauchen sorry die batterie hat 20 grad 30 grad sind noch 10 grad tiefer also ich kann hier keine 5 ampere rausziehen ich kann jetzt das wieder trennen hier klar jetzt kommt der nächste versuch ich habe hier noch so ein ladegerät strom einstecken das ladegerät kommt hier auf minus und auf plus und das ladegerät macht lärm aber laden haben wir nichts weil jetzt fließt der strom direkt hier auf meinem verbraucher aber an sich laden tut es die batterie nicht das haben wir im letzten test schon gesehen wir gehen mit 8 ampere hier raus habe ich vorgemessen und in die verbraucher mit 6 ampere und 2 ampere gehen in die heizmatte von dieser batterie also wir warten jetzt bis die batterie warm ist bei minus 30 grad in so einer kartonschachtel haben wir etwa drei stunden gebraucht bis der teil ladefähig war wenn das draußen steht können wir testen irgendwie wird das nicht funktionieren ich hänge das teil wieder ab also fazit die arktik batterie von liontron ist nicht fähig bei minus 20 grad strom abzugeben ich hänge hier meinen verbraucher wieder ab und wenn wir ja dann testen sind testen wir weiter ich habe hier in dieser kühlbox eine zweite batterie eingelagert die wemo und die soll entladbar sein bei minus 20 grad wir machen den gleichen test wie vorher wir messen die spannung da habe ich 12,7 volt das ist 7,6 volt das ist ok wir nehmen den verbraucher hier den gleichen verbraucher schließen wir an auf 12 volt hier auch wir suchen ein anderes app ja und jetzt geht es wieder nicht das ist technik disconnect ich habe noch eine andere batterie geblockt connect das ist die d6 die batterie hier connected wir haben hier ein stromverbrauch nach diesem app von 6,3 6,1 ampere das heißt das teil hier wird kalt äh sorry warm ich habe hier auch einen zangen ampermeter einstellen auf dc und wir messen hier ja vielleicht müssen wir es noch nullen also auf zero also auf zero und wir haben hier einen stromverbrauch von 6,1 ampere also unsere batterie kann man bei minus 20 grad belasten so wie es im datenplatz steht was die arctic batterie nicht hergibt die ja für diese einsätze eigentlich gebaut ist wenn ich jetzt hier das ladegerät nehme das gleiche wie vorher hier anschließend auf 12 volt hier anschließend auf minus ladegerät einschalten ladegerät prumpt und wir haben hier einen strom von 0 ampere in die batterie rein wenn das ladegerät läuft wir können auch messen der strom der hier rein geht wenn man es anhängt ist 7,4 ampere und das ist das hier wir haben jetzt eine erhöhte ampere das was hier der wärmetall der verbraucher zieht das heißt ladbar nach datenblatt ist diese batterie erst bei null grad also in der praxis ich hänge jetzt hier den verbraucher ab in der praxis ihr habt ein wohnmobil oder einen schrebergarten also das heißt in häusen das irgendwo im garten steht die hat eine solarzelle auf dem dach und ihr kommt im winter dahin minus 20 grad ihr wollt das licht einschalten bei der arctic batterie geht es nicht bei dieser batterie geht es ich kann sie zwar nicht laden bei diesen temperaturen die arctic batterie die muss ich zuerst mal laden das heißt wenn zum beispiel dann die sonne scheint ich habe eine einspeisung von dem solarpanel hier geht nichts rein bei der arctic je nachdem wie sie isoliert eingebaut ist brauche ich zwei stunden sonne dann kann wieder geladen werden aber im schrebergarten der hauptverbraucher ist ja dann ich sage mal beispielsweise die kühlbox die läuft nicht eine heizung im wohnmobil habe ich im schrebergarten habe ich nicht da geht es effektiv darum komme ich da hin und kann ich ein licht an machen oder kann ich beim kamin das umluftgebläse laufen lassen das sind kleinverbraucher sobald ich dann wieder mit der batterie wärmer bin kann ich die batterie wieder laden über die solarzellen aber ich kann kleinverbraucher wie lampen im umluftgebläse von dem kamin für die heizung kann ich betreiben bei minus 20 grad was mit der liontron nicht möglich ist weil die schaltet ab und wird wahrscheinlich erst wie alte tests die ich gemacht habe erst bei 0 grad wieder kommen ich wünsche euch einen schönen tag lasst mir mal wieder ein abo hier und hier der test von der bei minus 30 grad ich mache weitere sachen bleibt dran und bleibt mir gesund und dann wie das sieht aus das ist Vielen Dank.